Liebe Freunde und ein ganzes Willkommen zu einer neuen Folge bzw. einer kleinen Ankündigung hier von mir von Flüff. Wir sind natürlich auf dem Flora Flüff Server hier meine lieben Freunde, auf dem Privat Server und ja, was gibt es hier so für eine kleine Ankündigung? Und zwar haben mich heute Leute gefragt, ja wieso kommt denn heute ein Part nicht und wieso und wie, was ist mit Flüff? Ganz einfach, es sind jetzt alle Flüff Parts, die ich vorher aufgenommen habe, draußen und das heißt, ich kann einen Livestream machen. Und das meine lieben Freunde, werden wir morgen um 15 Uhr, werden wir einen Livestream machen von Flüff auf dem Flora Flüff Server. Twitch Daten und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung, ihr findet natürlich es auch noch auf meinem Kanal und auf meiner Facebook Seite werde ich nochmal aktuelle Sachen ankündigen. Also wenn ihr was wissen wollt bzw. an Infos oder so steht alles unten in der Videobeschreibung, Facebook und so weiter, da werde ich noch auf jeden Fall viel ankündigen. Und ja, würde ich sagen, morgen 15 Uhr werden wir dann eine Runde zocken für Flora Flüff. Unter anderem habe ich mir einen Zweitschar gemacht, zwar einen RM, den habe ich hochgeballert. Ich habe ja das Heiratslevel, wenn man jetzt so einen Händen kann, hochgeballert auf Höchstlevel. Wo war das denn nochmal? Hier auf Level 21, ich habe alle Treuskales mit dem. Habe zwei Tage lang mit beiden Akkons durchgesaugt und das ist halt das Endergebnis. Endergebnis, ähm, ja, über 1000, 1065 Pride of Victory, 300 Tränke, hier 950 Boxen. Also hier ist ordentlicher Stuff zusammengekommen, den wir da morgen gemeinsam alles aufmachen werden. Und ja, wenn ihr Bock habt zu zocken, alle Daten und so was, stehen denen natürlich in der Videobeschreibung. Und ladet euch den Server runter, kommt morgen bei Twitch vorbei, würde ich sagen. Um 15 Uhr geht's los, geht bis 18 Uhr, so würde ich sagen, weil ich dann halt noch spät am Abend ein bisschen weg bin und dann noch Besuch bekomme und all so ein Zeugs. Dann werden wir in drei Stunden ein bisschen Flüff raushauen und den Stream werde ich dann am Ende des Tages dann wieder auf YouTube hochladen und dann einzelne Folgen wieder veröffentlichen. Ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare und würde ich sagen, bleibt sauber, haut rein und dann sehen wir uns morgen im Flüff. Tschüss!